Paul beim Frühstücken. So, hier muss ich ihn rein locken, denn ich will mit ihm zum Tierarzt gehen. Mal sehen, ob das klappt. Na prima, die Leckerliste ich darin gemacht habe, frisst Da ist er hier drin. Wir brauchen eigentlich noch einen Schubs hier. Da ist er drin. Ok, muss ich nachher so machen. Der Paulchen fährt Taxe. Er ist ja gleich da. Piu! Er ist gleich da. Pippi hat immer weggeguckt. Kamerascheu. Und die Soße ganz lieber. Also das ist wirklich wahr, ja? Das glaube ich ja. So macht er sich auch hier. So war meine Katze nicht gewesen. Die war ein bisschen rebellischer. Muss aber auch, die Kater sind tendenziell ein bisschen lieber. Der ist. Komm, wiegendwann mach mal. Kann man ja auch sagen, was du willst. Ja, dann kann er erstmal wieder zurück. 5-1. So, jetzt sind wir wieder draußen. Jetzt warten wir erstmal auf Taxe.